Hi und willkommen zu diesem etwas anderen ASMR Video von mir, denn heute spielen wir mein wirkliches Lieblingsspiel und zwar Minecraft. Dafür habe ich mir eine ganz bestimmte Welt zusammen gebastelt und zwar die hier, die jetzt kommt. Und diese Welt besteht aus einem riesigen Parcours, der komplett mit ASMR zu tun hat und zwar aus Blöcken, eben Gegenständen und ganz, ganz vielen Sachen, die sich alle in Minecraft, in dem Game richtig gut anhören. Genau, wir sind jetzt schon in der Welt. Hier hört ihr schon, das hört sich schon alles sehr gut an. Das sind hier unsere Musikeinstellungen. Alles ist auf 100% außer eben die Musik selber, weil wir wollen uns einfach mal nur aufs Spiel konzentrieren. Au, das tat schon mal weh. Ich lade euch jetzt zum Entspannen ein, während ich durch diesen ganzen Parcours hier laufe. Also wünsche ich euch schon mal sehr viel Spaß. Das sind höhere Honigblöcke, die machen wir jetzt alle kaputt. Oh mein Gott, alle kaputt machen. TNT. Und eine Truhe mit einer Axt und vier Setzlingen. Da können wir einmal den Baum fällen und auch gerne natürlich danach vier weiter pflanzen. Oh, ich liebe das Geräusch von Minecraft-Holz und ihr. Das hört sich gut an. Nice. Und die setzen wir jetzt hier hin. Das wird niemals so wachsen. Aber, okay, weiter geht's auf diesem Holzpfad. Und, oh mein Gott, Spinnweben. Das dauert so zu lange. Ich hoffe... Oh nein, das dauert so lange. Ich hoffe, da ist was drin. Ja, eine Schere. Ja. Und jetzt befinden wir uns hier in so einem kleinen Raum, würde ich sagen. Sehr cool. Das hört sich so gut an. Das hört sich so gut an. Wow. Okay, weiter geht's. Der Parcours ist lang und der ist gut. Kommentiert am Ende. Oh, was haben wir denn hier? Ach, wir haben ja noch eine Schere. Oh, da müssen wir uns durchbuddeln. Kommentiert am Ende auf jeden Fall mal euren Lieblings-Tracker, euren Lieblings-Block-Tracker. Oh ja. Alles aufnehmen. Oh ja, wie geht's hier raus? Ah, hier. Oh nein, jetzt habe ich die eine volle abgebaut. Weiter geht's auf den Druckplatten. Nice. Oh, hier hört man den Stein. Oh, hier hört man den Stein. Oh, und das Kopfer. Sollen wir mal den abbauen? Und, okay, wartet mal. Es dauert so lang. Oh, jetzt gleich. Oh nein, er ist einfach weg. Oh mein Gott, er ist kaputt gegangen. Wie ärgerlich. Aber cool. Oh, eine Treppe. Wollen wir die mal hoch? Die rennen wir jetzt mal hoch. Und wir hören Wasser. Wasser. Oh, wenn wir jetzt runterfallen, sind wir halt tot, ne? Das ist mir so ärgerlich. Okay, was ist das hier? Oh, Wasser. Und mehr Wasser. Da können wir alles auffüllen. Und alles ist eben. Das geht manchmal so unlogisch schnell. Sehr nice. Und wieder der Honig. Ich liebe Honig. Kennt ihr übrigens mein ASMR-Video mit der Honigwabe? Einer meiner Lieblingsvideos von mir selber. Klingt so cool. Oh, ich habe eben weggeguckt. Was wäre mir runtergefallen? Man kann auch gar nicht springen auf... Oh, was ist das? Auf Honig. Oh, wir haben Bambus. Ganz schön hochgewachsenen. Die Hälfte fällt natürlich runter. Wusstet ihr das auch? Bambus im echten Leben total schnell fängt. Und der ist hier schon wieder gewachsen eben, oder? Ach nee, den hatten wir noch nicht. Ich liebe Bambus. Wir können auch ein bisschen pflanzen. Mal sehen, wenn wir da drüben sind und das alles haben. Mal sehen, wie weit der dann schon gewachsen ist. Let's go. Okay, müssen wir springen. Oh, ein schöner Sonnetaggang. Hä? Ah, okay. Bisschen Schnee schaufeln, oder? Cool, und jetzt das. Wir machen jetzt einmal Times a Day. Weil es wäre schon sehr dunkel. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Diamante? Oh, das ist schnell und der Holz und der Stein. Schon die Steine sehr schnell. Sind schon ein, zwei, drei sind gewachsen. Man kann ja wirklich zuschauen, auch im echten Leben, wie die wachsen. Und jetzt müssen wir diesen Parcours meistern, ohne runterzufallen. Ich liebe es, auf Glas zu laufen. Oh, was war hier? Jetzt können wir nie wieder zurück. Was? Ah, ha. Auf, ha. Vorsichtig, vorbei. Und weg, und weg, und weg, und weg, weg. Und ein Sprung ins Wasser. Ja... Und jetzt springen wir ins Wasser von hier oben. Fast ging es daneben. Fast ging es daneben, Leute. Und jetzt gehen wir hier runter. Oh ja, an Honig zu sliden, hört sich so gut an. Hört mal. Oh mein Gott. Nochmal. Spring, spring. Und wir springen. Spring. Und dann fehlt uns ein Block. Hä, was ist das denn? Spring, spring. Und nochmal. Nochmal. Und die Schanken runter. Weiter geht es. Oh, wie cool. Es gibt Fische. Äh, nicht Fische. Es gibt Tiere. Oh nein, Papagei. Oh, sind die aber laut. Schnell weg hier, bevor die uns stechen. Schnell weg hier. Oh. What? Und wir sind im Wasser gelandet. Weg von den Bienen. Die waren auch gruselig. Und jetzt gibt es hier Pfeil und Bogen. Wartet, die heben wir uns mal auf. Pfeil und Bogen. Welche Bögen haben wir denn bekommen? Die Normalen und die Schnellen. Ah, wir schießen hier jetzt hin. Ich liebe Fein und Bogen. Und ihr? Oh, wo war ein Schwein? Oh no, wir haben es getötet. Sorry. Und da noch. Und da noch. Und da noch. Und da noch. Wir sind am Ende. Geht jetzt auf meinen Kanal für mehr entspannende Videos. Und wenn ihr mich beim Minecraft spielen mögt, schaut mal bei It's You're Gaming vorbei. Denn da lade ich meine alten Minecraft-Streams ruhig auf TikTok-Stream immer hoch. Bis zum nächsten Video. Ciao.